Jetzt geht's los. Ich habe meinen Resturlaub noch bis Ende Mai und dann werde ich pensioniert. Und das will ich jetzt ausnutzen. Ich will jetzt nach Masuren. Acht Wochen können das werden. Und wenn dich interessiert, was mir da so alles passiert, dann komme doch einfach mit. Begleite mich auf meiner Reise nach Nordostpoln. Und weil ich die Strecke nicht komplett fahren will, in einem Streifen, mache ich immer wieder Zwischenstops. So wie hier zum Beispiel, in der Nähe von Magdeburg, ganz in der Nähe, am Niklippersee. Musik Musik Der Campingplatz liegt an der schönsten Stelle des Niklippersees. Er wird sowohl von Fahrradwanderern als auch von Wasserwanderern gerne genutzt. Er liegt direkt am Elbe-Havel-Kanal, einer Bundeswasserstraße. Auch Angler finden hier ein reich besetztes Revier. Es gibt ausreichend Ruhezonen für die Vogelwelt. Und wenn dir das erste Video dieser Serie gefallen hat, abonniere doch einfach meinen Kanal da unten. Und du wirst ständig informiert, wenn es etwas Neues gibt. Das war's. 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 Danke,John. Vielen Dank.